Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Bei uns geht es jetzt mit den neuen Bikes. Für mich das allererste mal. Er ist schon ein bisschen gefahren. Ja, ich bin jetzt schon ein paar Mal gefahren. On Tour auf jeden Fall. Und ich bin super gespannt. Es ist glaube ich nicht so viel anders, wie das, was ich letztes Jahr hatte. Aber ich bin trotzdem sehr neugierig. Und auf los. Ja, was sage ich. Ich bin schon ein bisschen gefahren. Was ich cool finde gegen das 29er ist das, sind supergeute Folgen oben, diese DT Suisse. Und das tritt sich echt, also wirklich leichter. Das merkt man schon. Bergab, die Laufruhe ist jetzt ein bisschen weniger als wann, bei 27,5er. Aber es ist wieder ein bisschen wendiger. In Summe hebt es sich auf. Aber ich hatte Bedenken gehabt, kein Wohnlenker. Das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, ist jetzt ein Wohnlenker. Ich habe jetzt noch nie einen gehabt. Bis jetzt einwandfrei. Und es schaut wirklich schick aus. Also, datenlose Sache. Auf los geht's los, wollte ich natürlich sagen. Na super, jetzt klingelt die genau die Kirchenglocke. Was für ein Timing. Wieder hier an dem Stück, wo sich die Spreu vom Walzen drehen. Schaut wahrscheinlich harmlos aus. Aber es ist echt mies. Da weiß man ja auch schon daran, dass eben diese Gummimatten vom Bauern eingelegt wurden, damit er mit dem Traktor nicht rutscht. Das sind ja alte Traktorreifen. Und hat ähnliche Bedeutung, wie Betonrampen, in Italien. Boah. Aber gut. Man will es ja genauso. Hier ist es auch steil, aber viel idyllischer. Das macht es dann fast wieder ein bisschen leichter. Das ist echt witzig. So, die letzten Meter. Und geht schon nicht. Aber fast. Im Moment ist es so matschig hier. So, Gipfeljausen. Steinhartes Brot allerdings. Schott. Boah. Ja, ich habe keine Ahnung mehr gehabt. Aber gute Landjäger dafür. Krass, das Brot ist ja heute. Ja, ich weiß. Einfach ausgetrocknet. Wahrscheinlich, ja. Und guter Aussicht. Aha. Big noch Bayern. Mhm. Oben liegt noch ein kleines bisschen Schnee, aber der Rest vom Trail ist dann wirklich super trocken, obwohl es die letzten Tage ein paar Mal geregnet hat. Aber im Frühling ist es dank Föhn meistens gleich wieder trocken. Das ist wirklich super praktisch. Hier habt ihr noch einen schönen Blick übers Inntal hinaus Richtung Bayern eben, wie der Martin schon erklärt hat vorher. Und obwohl das nur 600 Höhenmeter ist, ist es mega aus Blick. Also das ist wirklich super schön da oben. Und hier seht ihr jetzt eben den Trail. Mega trocken. Supergeil. Noch durch das Laub. Nur ich kämpfe ein bisschen, weil ich meine Bremsen natürlich nicht eingebremst habe. Sollte man machen. Weiß wahrscheinlich jeder, wie es geht. Bremsen einbremsen, wenn die Belege neu sind. Oder eben noch krasser, wenn die Bremsen komplett neu sind, also neue Bremsscheiben und neue Belege, dann sollte man unbedingt mindestens zehnmal auf 30 kmh beschleunigen und auf null runter bremsen. Und dann sind die Bremsen eben schon ein bisschen vorbereitet. Ansonsten hat man wirklich deutlich weniger Bremskraft. Das merkt man sofort. Wusste ich eigentlich. Aber habe es trotzdem mal wieder am eigenen Leib erfahren müssen, um es zu glauben. Unter dem Fahren ist es dann aber schon besser geworden. Nur ein bisschen gedauert hat es schon. Und dann merkt man halt einfach, dass man unsicherer wird, wenn es nicht so richtig greift. Ansonsten, ihr seht's. Geiler Trail. Super Bike. Es hat echt so richtig Spaß gemacht. Und ja, jetzt lasse ich euch einfach mal ein bisschen genießen. Musik folgt. Geht, oder? Geht. Geht, oder? Sehr klar. Geht, oder? Geht, oder? Auf geht's. Beide sind wirklich super. Ja. Alles war das. Humin k victory. Ja. 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 Nach dem ersten super flowigen Trailstück folgt dann hier so eine Flachpassage mit einigen steilen Stichen bergauf. Boah, das mag ich ja immer so gar nicht, wenn es feucht ist oder rutschig nass. Eben tue ich mich da teilweise mit dem E-Bike schon hart bergauf. Diesmal habe ich es aber tatsächlich geschafft. Ich musste nicht absteigen. Ich habe alle Abhilpassagen geschafft und bin super, super stolz auf mich. Ich weiß, das sieht immer so easy aus, aber in echt rutsche ich da fast jedes Mal weg, schneide ich aber eigentlich meistens raus, weil es einfach zu peinlich ist. Wem geht es dann auch so? Lange Abhilfs stören mich gar nicht, aber mit so richtig technischen Abhilfs habe ich wirklich ein bisschen zu kämpfen, muss ich gestehen. Da tue ich mir bergab technisch deutlich leichter. Das war's. Da tue ich mich. Das war's. Statt habe ich mir damit. Dann hat es mir so. Kommt, kommll ich mich. Wenn du bist, dann darf ich mir so. Es ist dann wahrscheinlich nicht, wenn du bist. Da gehst du schon mal weg. Oder ich schreister. Immer mit dir so leid. Äh, ich habe eben für dich. Obst du auch mit dir. Und jetzt geht's. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja. Ich weiß, hier schaut es zwischendrin ein bisschen so aus, als ob wir den Trail runter schleichen würden. Da sind aber einige wirklich steile Passagen drin und das noch dazu mit so ein paar Querschrägwurzeln, wo man halt wirklich schnell mal wegrutschen kann, wenn auch nur ein bisschen nasser Dreck auf dem Reifen drauf ist oder eben diese Wurzel gar feucht ist. Also da reicht wirklich schon feucht, da muss es nicht mal richtig nass sein. Deswegen ist hier wichtig, viel Druck auf dem Vorderrad, aber eben auch keine zu hohen Geschwindigkeiten, weil sonst liegt man auf der Schnauze und das ist ja nicht Sinn der Sache. Falls jetzt nicht alle wissen, was mit viel Druck auf dem Vorderrad gemeint ist, ein kurzer, schneller Exkurs. Und zwar macht es dann Sinn, die Beine relativ lang zu machen. Ihr seht es, der Martin fährt immer mit relativ langen Beinen und eben so Art Gorilla-Affenarmen, wie wenn man Liegestützen machen würde. Und dementsprechend hat man dann einfach relativ viel Gewicht auf dem Vorderrad. Dadurch hat man eine super Bremswirkung, weil einfach eben Druck auf dem Vorderrad ist und hat aber eben auch besseres Fahrverhalten und man rutscht weniger weg, wenn der Boden nassrutschig oder sehr lose ist. Also das muss man sich wirklich angewöhnen. Wo ich im Mountainbalken angefangen habe, das ist wirklich schon lange her, aber da war eher noch die Meinung nach hinten absetzen, Arsch übers Hinterrad bringen. Mittlerweile, dadurch auch, dass die Steckachse gekommen ist, die Bikes viel steifer geworden sind und eben nicht mehr so viel ausweichen vorne. Früher gab es ja nur die Schnellspanner, jetzt die Steckachsen und die Boost-Standards. Dadurch sind die wirklich viel, viel steifer geworden. Die Bikes kann man jetzt mit viel mehr Druck vorne fahren und hat dadurch mehr Kontrolle im technischen Bereich, aber eben auch, wenn es rutschig ist. Das war's. 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 Mit Meerkenossen. Ein paar Bäume sind schon noch da. Seht ihr eh selber. Aber das war alles komplett zugewachsen. Man konnte da überhaupt nicht runter sehen auf die Stadt. Ja, mittlerweile sieht es eben so aus. Hier muss man ein bisschen Schwung nehmen, dann kommt man leicht drüber. Aber wenn man's nicht weiß, ist das sicher auch eine sehr tricky Stelle. Genau, da seht ihr überall noch die Abschnitte von den Bäumen. Das war vor zwei Jahren und da war der Weg auch erst mal weg. Bin ich schon total erschrocken, aber zum Glück mittlerweile wieder gut fahrbar, nur eben anders. Aber gut, meckern auf hohem Niveau, Hauptsache man hat einen coolen Trail vor der Türe, von dem her dürfen wir uns da echt nicht beklagen. Ja, wir lassen euch mal wieder ein bisschen zuschauen und genießen und da kommt schon wieder die Musik. Die Summer went way too fast I'm trying real hard to remember All of the good times and memories we had And you called out, you called out crying You said our love was worth dying for Yeah, that's why you keep on, you keep on trying But I'm really not moved by your tears no more Yeah, she said if I can't have you, maybe I think we should start with the idea, but it's never will Die klingt zwar schon, wie wenn sie leer wäre, aber sie bremst jetzt. Hier ist es fast immer rutschig. Boah, wir müssen bald die Bäume ein bisschen weiter auseinander. Wir müssen bald die Bäume ein bisschen weiter auseinander. Ja, voraussagen, wo die Lärmstung geht. Boah, wir müssen bald die Lärmstung gehen. Ja, voraussagen. Na, boah. 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 Ja krass, vielleicht solltet ihr auf Wandern umgehen. So steil hier. Schaffst du es? Schaffst du es? Scheiße, ab gut. Ja Martin hat eben gesagt, dass jetzt wo er das neue Bike in 27,5 hat und noch viel wendiger ist als letztes Jahr mit dem 29 Zoll, er nur noch so verblockte Abhillsachen fahren will und dementsprechend habe ich gesagt, dann werde ich wohl auf Wandern umsteigen. Und ihr seht ja, das war zwar nur ein ganz kurzes Stück, aber echt ein mies steiles. All of the good times and memories we had, and she called all my life, and she said I love, it's worth dying for, and she keep on, keep on trying. Ja, yes! Crossfit während dem Lockdown quasi. Das ist echt geil. Willi üben. Ein bisschen Willi üben auch. Einfach mal ein bisschen anhängen, oder? Damit sind wir wieder gut zurück. Der Martin wurde von seinem Gurt befreit. Ich glaube zu meinen Kommentaren, wie es euch mit dem Gurt da geht. Ich hasse Gurt, ich hasse so anbunden sein. Aber mein Gott, nein. Wenn es was bringt und du einmal halt weißt, du darfst nicht lange um den Gurt da hin und nicht lange jammern. Der Gurt das hast du. Der würde ja nie jammern. Nein. Schreibt mir in die Kommentare, dass er da durchbeißen soll, weil es die Aufnahme wert ist. Wenn wir so viel Zeit wie am Rad verbringen, ob das mit Gurt, ist nicht mehr so lustig. Ansonsten hoffen wir, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Geht jetzt dahin. Macht es gut. Tschau. Tschüss.